Selbstgemachte Kuchen oder selbstgebackene Kuchen sind die Krönung einer jeden Kaffeetafel und die wollen Sie sicherlich auch noch stilvoll Ihren Gästen servieren. Ich habe was für Sie und zwar ein wunderschönes Kuchenset aus der Serie LAFA bei WMF. Fangen wir mal an was es da gibt. Es gibt erstmal ein Kuchenmesser. Sehen Sie hier, breite Klinge, ganz dünn, sehr schön scharf. Also hier kann man auch so ganz cremige Torten wunderbar gleichmäßig durchschneiden. In heißes Wasser tauchen und dann hier rein und bis unten durchdrücken. So, nochmal in heißes Wasser und hier das zweite Mal. So, jetzt möchte ich ja diesen Kuchen, den ich perfekt geschnitten habe, runterheben. Und dazu gibt es diesen wunderbaren Kuchen- oder Tortenheber und man sieht hier, der ist leicht abgeschrägt, sodass man also ganz problemlos unter das Stück kommt. Einfach hier reinschieben, dann das Stück rausnehmen und sehen Sie hier, auf unseren Teller setzen. Das nenne ich jetzt mal stilvoll Kaffee trinken und dabei leckeren Kuchen servieren.